Das ist Vincent. Wie bitte? Was soll das werden? Eine verhaltenstherapeutische Maßnahme? Marie. Vincent ist weg. Er und zwei Mitpatienten fehlen. Was? Ich bin Marie. Fick dich! Wie bitte? Zurück. Ihr seid planlos. So eine Entführung muss man doch organisieren. Die anderen beiden. Sind die auch? Behindert? Ja, was auch immer. Ja! Wir kommen in die Halle! Oh nein! Fick dich! Das ist es! Da vibriert! Das heißt Tourette-Syndrom. Das gibt's ja nicht. Was? Sie sind hier! Jetzt nichts überstürzen. Wir sollten in Ruhe sein. Vince! Der Typ kommt! Ist das keine Automatik? Ich bin dich unerlässig! Der Typ kommt! Ich gehe zu jedem verdammten Boulevardblatt. Das Lust hat ein Politiker, ihre Partei kurz vor der Wahl so richtig durch den Dreck zu ziehen. Mir geht das Herz auf. Komm schnell! Ich glaube, ich kann das Meer sehen! Oh! Da! Du Fotze hättest den Typen fast überfahren! Nennst du mich Fotze? Spinnst du? Jawohl! Das war sein Touretto-Idiot! Nee, das habe ich schon so gemeint. Nee. Das habe ich schon so gemeint. Ich habe schon so gemeint.